Nahrungsreserve zu niedrig, sodass das normal passiert. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ach, medizinische Kräuter. Hier. Steinwerkzeuge haben wir so viel. Das Gebäude ist ein Biss. Das war's für heute. Ich bin die Produktion für die Steinwerkzeuge. Hier. Hier. Ich nehme dich mal auf einen Hansel runter. Das ist ja nicht mehr normal, was ihr hier wegkloppt. Stein, Eisenerz, die Produktion, die kann schon schön hoch bleiben. Oder ich müsste mit dem Steinwerkzeug handeln. Das geht natürlich auch. Das wird da was verkaufen. Und dann bei Gelegenheit uns hier verbreitern. 2700. Naja, viel ist es nicht mehr, was fehlt. Und dann hätten wir endlich Zugang zu Wasser. Und hier dürfen wir wieder ein paar Schweineformen hinkriegen, eventuell. Das war's für heute. Ja. Na, wie lange braucht's denn noch? Na, wie lange braucht's denn noch? Da hab ich mir jetzt schon hier alles zu... Zu sehr zugebaut, hä? Ich tröttel. Ich trill. Ich trill. Ich trill. Ich trill. Ich trill. Es geht ja... Du bist so. Ich trill. J Sophie. direkt an dem fluss muss das gebaut werden also hier drüben oder was siehst du ich muss mir die kacheln demnächst kaufen oh gott obdachlos sind jetzt auch wieder die ersten das ist es ist es ist es ist es es Lagerplatz ist auch bald wieder voll. Erforschen wir hier überhaupt noch irgendwas. Erforschen wir hier. 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 Erforschen wir hier.